Das klingt ja jetzt nicht schlecht, aber... Du sollst sie nicht wiederbeleben. Das klingt ja nicht so gut, aber es geht nicht so gut. Da ist ab und zu mal so ein Krall, darfst du sein? Ja, ist es. Ab und zu kann man auch mal ausweichen, eine Runde, aber... Ja, es versteinert mich wieder, das macht es immer noch. Wo soll ich denn jetzt eine Scheibe holen oder was? Wenn es nur noch mich versteinert, dann... Ja, es versteinert komplett. Danke. Ja, komm mal Ende hier vorne hinlegen. Ah, schon wieder. Danke. Fällt nur, dass die Scheibe verschwindet und sich regeneriert. Noch mal, weil es so schön war. Aber wenn jetzt nur auf mir ist, dann hau den jetzt runter. Das ist gut. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Ich bin fertig. Tschüss. Ich bin fertig. 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 Das war dein Boss.